Wasserläufer auf Schuhen ist das. Jetzt hat der Typ Infinity hier. Warte, willst du Infinity haben? Ja, kannst du was abbauen. Infinity? Ja, hast du ein Buch dafür? Ja, bei dem kannst du das ja traden. Alter, wie geil. Ich hab noch keinen einzigen Bogen benutzt. Oh, lass mal nicht das, was ich haben will, Mann. Ja, aber ist auch gut, kannst du auch einen bauen. Ich werde dir noch ein paar Villager einspähen. Da ist die Schalkerbox. Oh, was ist das? Fahren? Wieso sollte ich fahren kaufen? Brenne! Wohin fahren? Fabi, was war mit deiner Schalkerbox? Ich hab die gesucht. Okay, warum das denn? Weil die offensichtlich nicht da war, wo ich sie dachte, hingestellt zu haben. Zeitsam. Warte, boll. jetzt Unendlichkeit hat ganz hinten rechts Wenn du das suchst Reizer kann man auch noch keinen Jo Stimmt den brauche ich unbedingt Ne Doch für meine Herausforderung Muss ich auch noch mal machen Ah da hat er so eine Enchantment-Dinge Ach scheiß ich habe das Buch nicht mitgenommen Hast du ein Buch? Glaube nicht, musst du ja gucken in den Kisten Was ist denn der Typ da? Wo sind die Villager? Ja ich brauche halt echt Hey sind die wieder raus? Dann baate ich die jetzt mal Oder weiß ich denn dass der Herzog nicht einer von euch ist? Wer? Ja weil der mitten im Stream war Ach Herzog Ach Herzog Der optimale Proof Also der war wirklich auf einmal da Ja klar Interessant Komisch dass der auch wieder so geile Rechtschreibfehler hat wie Ja aber guck der macht sogar Videos Ja Unabständig Der macht sogar Videos Ja Ist schon alles sehr mysteriös Der macht Videos Luca Äh Äh ja Ralf hier hat auch mal Videos gemacht Bei DE kannst du was ausmachen Nein Also Chloe Ich habe euch gerade durchgeschaut What? Wie machst du das aus oder? Ja Ja jetzt erstmal ablenken Na ja richtig Herzog Du glaubst doch wohl nicht Du glaubst doch wohl nicht Du glaubst doch nicht Ich glaube hier ist ein Herzog im gleichen Channel ist wie ihr Wow Ja Was? Gleich kommt Lollock Soll ich den dick in den Discord holen? Ab rein Hier der hat Obwohl der hat schon wieder Kommentar abgegeben Geiler Typ Alter Richtig Ja Er hat ein Video hochgeladen Das heißt sorry Vor einem Monat Trimax-Wesion vor vier Monaten Ja Und nix 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 und Lost Boy Da glaubst du doch wohl nicht Dass ich Oder Fabian So einen Account erstellen In der Hoffnung Wir kommentieren irgendwann bei dir Oder bei uns Im Livestream Wo wir selber beide zusammen streamen Ich tu weiter Merkst du wie lange damit lächerlich das ist ne? Spaß Irgendwann baut äh Sorry Trimax-Version Baut Dings echt schön Wann hat der denn ein Facecam gemacht? Die werden auch echt cool Weiß ich nicht Ich hab noch keins davon Ne 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 Das ist Also Actually ziemlich nice hier bei dir Julian Weil du die so quasi im Wald baust Und musst du von was zu baust Ziemlich sexy Das kommt ja noch viel viel mehr Das ist ja ganz am Anfang jetzt Warum hab ich denn Ernst Wieso hast du echt die Lamas jetzt bei mir gelassen? Ne ich hab keinen Platz mehr bei mir an der Brücke Wie nehm ich die denn mit? Falls du wissen wollt wie alt der Typ ist Ja 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 Alter Aber wenn der unsere 200 Folgen noch guckt nur du beleidigst ihn jetzt ne? Das war's der guckt uns nie wieder Ich hab den nicht beleidigt Wenn er das aushält ne? In der Zeit ist er schon drei Jahre älter geworden He's spitting facts Ich hab das nur gesagt weil ich dachte Pocket Ends wär ein Kinderspiel aber ist kein Kinderspiel Oh 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 Denk ich ich erkenne es nicht ganz das leckt zu sehr Ach du Scheiße Was ist das ein Kinderspiel? Pocket wie was? Wie heißt das? Pocket Ends Noch nie gehört Sorry Ich glaub euch Alles gut Du hast ne Handy spüren Aber war klar dass mal wieder dass das so einer meine Videos hört Ach witzig im nächsten Video das Sorry Video da entschuldigt dass ich das Pocket Ends so geleckt hat So wie Leute heute kein GTA Achja warum ist da ne Traptor drauf? Vorsicht hat Fabian gemacht Weil die Hühnchen manchmal rausrutschen Ja deswegen gibts so oder geht dann nicht mit dem Dings Steg Naja die kleinen Hühnchen die kommen überall durch irgendwie Die sind jetzt aber alle hier an die Sortiermaschine angeschlossen ne? Und es kommen direkt gebratene Steak unten raus Geil oder? Und Hühnchen auch Und wir haben dann auch ne automatische Kartoffelfarm Luca soll ich dir mal zeigen? Das ist ultra Guck mal komm mit Ich bin ready Leute Glaub ich Anni doch nicht Das ist die krasse Kartoffelfarm Mending und Infinity ging nicht ne zusammen Muss der denn überhaupt stehen? Ne das ging nicht Ja der farmt die Kartoffel ab Und die wird unten aus dem Trichter rausgezogen Und dann geht die direkt Wird die gebraten und landet dann da hinten irgendwo in der Kiste Gartan Wenn du das jetzt beschleunigen willst Hast du Knochenmehl bei dir? Ja bestimmt Ich bring was mit Bist du da? Ich bin schon auf dem Weg Achso Bin doch schon da Bin doch schon da? Aber einfach alles von Patty genau was er da hatte Och mann ey Was ist hier oben in der Kiste? In welcher Chess kommen die Kartoffeln raus? Kommen ins System Ja Aha Du musst übrigens den Raum hier noch schön machen Das ist deine Aufgabe ne? Hier einen schönen Lagerraum rauszumachen Ja aber ihr habt doch jetzt hier einen Architekten Architekten? Ne du machst das Du baust das so wie dein Keller Was für's hier das war einfach nur Doch Du baust das Du baust das Junge Aber ich muss jetzt auch los ne? Hast du Ist jetzt Knochenmehl drin? Ja Und jetzt machst du pass auf guck Legst den Schalt Du liest Knochenmehl rein Du ballerst den Schalter Gleich wird er anfangen Jetzt zieck zack Ich hab den Villager geschlagen aus Versehen Spannend War so spannend wie der letzte Spieltag Hat Schalke eigentlich gewonnen oder verloren? In dem noch gegen Köln gespielt oder? Oder? Nun kam die echt verloren Das heißt Köln steigt nicht ab jetzt Ist das wahr? Ja gegen Frankfurt da redet immer wieder keiner War stark War stark Was für Frankfurt Ja Frankfurt ist doch scheiße momentan Ja ist doch egal Vier Tore sind vier Tore Ja richtig Die muss man erstmal machen Ähm So wir brauchen Schadenstränke Äh Braucht Schadenstränke Wir kämpfen jetzt so 5 gegen den Wieser Alter Oh Flame könnte ich auf den Bogen hauen Ja der hier Ja der hier hinterher jetzt Behutsamkeit noch Flame Wir brauchen auf jeden Fall Bann gegen den Xer Ach brauchen Schmauchen Alter einfach rein da Ah Fabi du hast den schon gelevelt Okay pass auf Pass auf Wir haben ja einen Wir haben ja einen Aber so könnten wir mit den Schadenstränken Ist ja innerhalb von zwei Sekunden tot Ach okay Fabian Wachen wir ohne Okay mach doch Mach doch Ja komm mit Ich bereite das vor Ich mach jetzt Juli